Moins und Leute und herzlich willkommen zum 13. Part der Tech-Tutorials. Heute mehr als nur Repeater Part 6, also haben wir heute wieder ein neues dieser Dingensenden. Und heute das Orgate. Ja, erstmal wieder, wie craftet ihr das? Wir brauchen dafür, ich hab mir hier extra einen Zettel zur Seite gelegt, und zwar 4 Stonewafer, die kann ich nochmal hier in die Ecke packen, 4 Stonewafer. Ja, ähm, 3 Stonewafer, haben wir hier noch welche? Nein, natürlich nicht. Für diejenigen, die nicht wissen, wie man Stonewafer macht, äh, wie man Stonewafer macht, ja, da tut ihr einfach ganz normal Steine in den Ofen, so, und es werden immer pro Einstein 2 Stonewafer draus. So, ähm, wir brauchen dann noch zwei Stone-Kathoden, das macht ihr mit, das, mit Wafern und, äh, einer Fackel drüber, das sind zwei Kathoden. Ähm, ähm, die packt ihr dann so übereinander, an den Ecken kommt immer sowas hin, und die Stonewafer einfach nur noch in die Zwischenräume. Und wir haben ein OR-Gate. So, wer sich das NOR-Gate angeguckt hat, also bloß noch ein N vorher heransetzen, habt ihr das NOR-Gate, der, äh, kann schon mal ein bisschen, der könnte sich zum Beispiel schon mal vorstellen, was das sein könnte. Erstmal ganz wichtig zu merken, da wo diese Fackel ist, diese einzelne hier, die, die an ist am Anfang, das ist, äh, das ist diese drei Teile hier, das ist der Input, und dieser eine Strang, das ist der Output. So, das bedeutet, in die Inputs können wir uns, äh, drei Dingsens tun, drei Schalter, und, äh, der Unterschied zu dem NOR-Gate ist, drücke ich etwas, ist an. Drücke ich den nächsten, ist auch noch an, drücke ich den, ist auch an. Das bedeutet, es ist nur an, wenn mindestens einer an ist. Das ist egal welcher, das können alle sein, aber Hauptsache, solange Strom fließt, geht's an. So. So. Ich könnte alle anmachen, passiert nichts, es sei denn, alle sind aus. Solange alle aus sind, geht das ganz aus. Das heißt, es ist einfach nur die umgedrehte Art von dem NOR-Gate. So. Das bedeutet, ich muss hier auch nicht viel umbauen, äh, seit der letzten Folge. Hat sich nicht viel geändert. Wir haben hier immer noch die drei Räume und den Garten, wo die schöne Lampe steht, und wenn hier einer den Schalter umkippt, ist die Lampe an. Egal wer jetzt den Schalter umkippt, die Lampe ist so oder so an, solange der hier nicht auch den Schalter ausmacht. Und dann ist sie ganz aus. Zum Beispiel, man ist am Server, drei Leute sind drauf. Und ihr habt ne Lampe im Garten und, äh, am Anfang ist die an. So. Oder, ne, gar nicht, das ist ein blödes Beispiel. Es ist Tag, ihr kommt nach Hause, es wird Abend, also ihr müsst ins Bett. Und, äh, weil ihr es, oder ihr wollt einfach nur nachts aufbleiben oder so, und dann macht ihr einfach den Schalter an. So. Und dann ist es egal, wer den Schalter anmacht, bloß Hauptsache, dass jeder den ausmacht am Morgen, dass die Lampe dann auch ausgeht. So simpel funktioniert das Ganze. Also, wie gesagt, eigentlich nur umgedrehte Versionen des Noah Gates. So. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen weitergebracht. Falls ja, ein Daumen hoch wäre ganz nett, das würde immer ein bisschen weiterhelfen. Oder ein nettes Kommentar oder irgendwie, ihr könnt auch eure Meinung dazu geben. Oder, ähm, selber was sagen, was ihr haben wollt für ein Tutorial als nächstes. Versuche ich mich natürlich gerne nachzurichten. Und, da würde ich mal sagen, bis in Altersfrische, euer Multidimannander. Tschüss.